Die Leute wollen wissen, wer wir sehen, wer wir sehen. Wir werden ihnen sagen, wer wir sehen, wer wir sehen. Die Leute wollen wissen, wer wir sehen, wer wir sehen, wer wir sehen, wer wir sehen. Jeder hat ein bisschen Spaß am Fußball gehabt, das war das Wichtigste und da vergisst man, dass die Fans so laut sind, sag ich jetzt mal. Macht Spaß, weil so viele Zuschauer zu spielen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal gewesen, oder? Wir spielen auch die Kleinen immer schon für so viele Zuschauer. Haben wir schon die ein oder andere Menschen gehabt, wo wir mehr Zuschauer gespielt haben, sagen wir mal zwei, drei, hundert, die bei Doppel- und Haufen-Krankmannschaften durchgegangen sind. Und natürlich ist das auch eine Motivation extra für mich, auch für mich als Trainer, weil ich selber von der Republik komme und das darf man natürlich auch nicht direkt abnehmen und uns noch aufnehmen. Und ganz lange haben wir auch das halt zurückgeben können häufig. Ich meine, wir sind Zweiter geworden, aber ich sag super Zweiter, weil wir mitgespielt haben. Und ja, ich bin voll auch zufrieden mit dem Ganzen. Wir sind die Jungs aus der Mozartstadt, hey Kickl oder was, hey Kickl oder was, hey! Okay! Okay! Bye! 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 Bye!